Yo, hey Leute, hier ist der GigaExtra und jetzt kommt es dann weiter ein Video über das neue Call of Duty 2015. In meinem heutigen Video geht es mal darum, ob Black Ops 3 jetzt endlich bestätigt worden ist. Und zwar ist ein Post aufgetaucht von Treyarch, wo ich nicht hundertprozentig sagen kann, ob der echt ist. Ich blende euch den jetzt mal ein. Also es haben mehrere Seiten darüber berichtet, dass es diesen Post gegeben hat. Und es haben auch relativ viele Leute behauptet, dass sie den gesehen haben. Aber es kann auch sein, dass sie das jetzt einfach noch im Nachhinein sagen und dass sie eigentlich irgendwelche Leute verarschen wollen. Ja, ich blende euch diesen Post jetzt mal ein. Und zwar hat laut diesen Leuten, also laut dieser Quelle, Treyarch auf Twitter gepostet, dass sie für sechs Sekunden einen kleinen Hinweis darum geben werden, wie das neue Call of Duty heißen wird. Und dieser Hinweis ist, dass das neue Call of Duty mit B und O startet. Ja, wie gesagt, ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob das Ganze jetzt echt ist. Viele Leute haben das quasi bestätigt und behauptet, dass sie das gesehen haben. Was mir ein bisschen komisch daran vorkommt, ist, dass das Ganze sechs Sekunden online war und trotzdem hat das schon 213 Retreats und 427 Favorites. Deshalb weiß ich es nicht genau. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, wie aktiv die Treyarch-Community ist und wie schnell sowas auf Twitter geht. Aber in sechs Sekunden so viele Tweets zu haben und dann, ja, keine Ahnung, also ich kenne mich da mit Twitter jetzt nicht so gut aus, wie schnell sowas geht. Aber ich meine, die anderen Posts von Treyarch hatten nicht so schnell so viele Retreats, obwohl das jetzt auch ein relativ wichtiger Post ist. Aber ja, es kann sein, dass es echt ist. Ich weiß es nicht. Ich finde, es sind halt ziemlich viele Retreats in sechs Sekunden. Und auch sonst muss man sich halt überlegen, ob das zu Treyarch passen würde. Also es wäre auf jeden Fall nochmal ein kleiner Teaser quasi, dass das nochmal die Leute ein bisschen heiß auf das neue Call of Duty macht, weil sie halt da kurz sowas, ja, so Geheimnistuerei oder so, das ist ja auch eigentlich, was die Leute immer gut finden. Aber den Post jetzt nur für sechs Sekunden drin lassen, weiß ich jetzt nicht, ob Treyarch das so machen würde, ob sie nicht einfach so einen festen Post machen. Ja, wie gesagt, ist jetzt auch schwer zu sagen, ob das wirklich eine Marketingstrategie von denen ist oder ob das halt Fake ist. Ja, sonst doch zum Inhalt, das ist das neue Call of Duty mit B und O. wo anfängt, das ist natürlich dann relativ deutlich, das geht es in die Richtung, dass es Black Ops 3 sein könnte. Allerdings kann es auch sein, dass sie dann, selbst wenn sie den Post wirklich geschrieben haben, dass sie damit dann trotzdem nicht Black Ops 3 meinen, sondern dass sie damit die Leute trollen wollen. Wenn zum Beispiel Satchhammer Games letztes Jahr geschrieben hätte, dass das neue Call of Duty, das im neuen Call of Duty Warfare im Namen ist, hätten auch alle gesagt, dass es Modern Warfare 4 ist, aber es ist Advanced Warfare. Also es kann auch sein, dass sie irgendwie da irgendein anderes Call of Duty geplant haben, was mit B und O beginnt. Was ich aber jetzt auch nicht für so wahrscheinlich halte. Also ich denke dann, wenn, auch dann Black Ops 3. Ja, mich würde auf jeden Fall mal eure Meinung interessieren, ob ihr glaubt, dass das Ganze echt ist. Wie gesagt, ich finde das mit den, diesen ganzen Retreats, die so schnell gekommen sind, sind ein bisschen komisch. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, dass sie das nur für sechs Sekunden reinstellen. Aber es kann auf jeden Fall auch echt sein. Es hat auch bisher sich keiner von Activision da irgendwie zu geäußert, ob das jetzt echt ist oder nicht. Ja, also schreibt mir da mal bitte eure Meinung zu. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann wäre ich mich selber einen Daumen nach oben, Freunde. Das war's für heute. Haut rein, Leute.